Willst du noch irgendwo Waffen? Ja! Zähl, du kleiner Kämpfer! Ich möchte hier hin! Ich bin Detektiv! Mal Luca! Ich dachte, visit! Hauptsache, schackt euch dagegenseitig! Okay, Perry, ich glaub es, dass du es bist! Du bekommst von mir diese Waffe hier! Er füllt sie mit Zorn gegenüber den Traitern! Aua! Oh nein! Wow! Alter! Das hab ich jetzt gar nicht mehr gesehen! Hey, Fabi, wir nehmen noch auf, ne? Wär cool, wenn du auch kommst! Hahahaha! Workshop complete! Oh mein Gott, jetzt geht's los! Weißt du, das ist ein Spiel, du willst du aufnehmen und der Franzose geht erst mal fließvoll schauen! Ehe, du Hure! Oh mein Gott, ich muss nur nachladen! Das ist das! Das ist das! Nein! Oh, Leute, wie klein ist denn bitte die Map? Fabi! Fabi hört doch gar nichts zu, ne? Huuu! Vielleicht kommt der Fabi und sagt, guck mal, hier ist ein Dichterzimmer! Oh, guck mal, und da ist ein Traitor-Tester! Oh, guck mal! Das sind Weinflaschen! Guck mal! Hier ist ein Museum! Jawoll, Traitor! Guck mal, hier werden Flaschen ausgestellt in dem Museum! Ich stelle dich dazu! Na, Luca, auch hier! Ciao, Perry! Perry, geh mal da rein! Perry, geh mal da rein! Warum? Perry, geh mal da rein! Till, bleib mal stehen! Till, Till, Till! Perry! Perry, Perry! Hatt'n'e Silent Sun 4! Hallo! Ich schwör' dich noch! Eiger Sein! Ich hab' draufgesprayt! Man kann ja gar nicht durch die Scheiben schießen! Oh, ey! Jetzt muss man auch sagen, die Scheiben sind pink, wenn man die anschießt! Schießen, Alter! Na, guck mal, hier ist mein Transommer! Komm! Bring den Satz! Die Scheiben sind ja pink, wenn man dagegen schießt! Bobby ist echt der beste Franzose, ne? Der richtige Spastik! Also gehen wir jetzt alle zum Turm! Der eine von drei Maps, die ich nicht mag! Welche sind die anderen zwei? Die Minecraft-Maps! Jawohl, wir spielen nach Minecraft-Maps! Ja, bin ich auch für! Ja, die im Dunkeln, die war cool! Die hat mir gefallen! Die hab' ich sogar im Video gesehen, die war ziemlich geil! Warst du doch dabei, oder nicht? Nein! Da war' ich nicht da! Ja, wir spielen nie wieder die Maps, schade! Ich überlege, ob ich die Videos so schneide, dass ich jede Stunde einzeln hochlade, weißt du? Also, dass ich... Ne, dass ich nicht jede Stunde einzeln hochleite, sondern immer so verschiedene Maps mache, sozusagen! Jede Stunde auf einer anderen Map! Wenn du da unten gefahren bist, dann ist der Fall so leer! Und der geht mein Ding jetzt hier! Und los! Wuhuuu! Ah! 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 Weckschubsgranate, ist Kombo-Skill. Ja, die kann ich, das kommt. Hoi, Perry. Hallo, Fabi. Du dreckiger Franzose. Geht's aber los. Du, das war gegen seine Mutter. Esel. Ja? Wieder Fabi. Leben du noch wie drei? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Missing Nation von Sam. Sind das nicht zwei Traitor? Die ist so auffällig, ne? Ja, aber sind ein bisschen in Action. Nein, ist nur einer. Desu und Fabi, oder? Bei mir nicht. Nur Desu. Oh fuck. Das erste Runde, der... Da müssen noch zwei sein. Einer war noch nicht drauf. Nein! Da ging's schon los. Wir waren sechs Stück. Nein, nein. Weil Werther war ja mehr. Nein, nein, nein. Doch, wir waren sechs Stück, guck doch. Zwei von sechs. Ein bisschen in Action und drei. Ja, aber der hat das später geladen. Ich bin hier auf dem Hotel. Nein, nein. Oder? Wieso? Komm mal eben her. Deine tolle G-Hut. Ähm, ich war... Ich war auch im Game. Was? Ja, da hinten. Zwei sind tot. Ich bin auch tot. Ja, aber der nimmt das beim allerersten Runden anfangen. Der nimmt das beim allerersten Runden anfangen. Also bei den... Noch in der Preparing-Time. Davor ganz am Anfang. Tschüss. Tschüss. Ah, echt jetzt? Seid ihr wirklich beides... Ihr seid halt so Helden. Ja, ich wusste nicht, dass der wirklich das macht, der Glut. Ja. Waren die so auch Trader oder wie? Ja. Oh ja! 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 Meine Fresse! Ich hab darauf... Ich hab nicht gedacht, dass wir das richtig machen sollen. Meine Trader ist der in der Hose gescheit. Ich konnte nicht dafür, Mann. Ich wollte Fabi dahin locken, dass er auch hinkommt. Meine Fresse, ey. Beste Traitor, Iovitz. Ich wusste ja nicht, dass du... Hä? Warum ich? Boah, da hab ich euch aber gezielt ausgeschaltet. Das war... Das war Parrys... Einfall da, mit der... Kackbombe da. Meine Fresse. Wollte ihn einfach abknallen, wenn er hinkommt, aber er muss ja gar nicht diese... Das Ding da zünden. Der ist aber auch ein Spaß, der... War ich direkt hinten daheim, aber er konnte mich noch festhalten. Ein bisschen. Woran denn das sind deine Hände? Ich hab mich noch gegen die Wand gelegt. Nein! 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 Oh shit! Hat man nur gehört. Hey, diese blöden Scheiben, ne? Ich war schon außerhalb von dem Raum. Oh lol! Hallo! Hallo! Ich hab noch keine Waffe gefunden, ne? Ja, aber wieder Detektiv, ne? Ja, aber wieder Detektiv, ne? Ha! Sch... Wieder Innocent! Na, scheiße! Ja! Ja! Scheiße! Ich hab wieder hier mit dem Fett und so... Desu! Desu! Hallo! Nö! Desu! Nö! Desu! Hab's nicht so überlebt! Ach, hier kann man gar nicht... Boah, ich hab ne geile Idee! Die wäre? Oh nein! Lass mich hier nur vorliegen! Lass mich hier nur vorliegen! Oh nein! Lass mich hier nur vorliegen! Hier laufen wir mich laufen! Ich hier nur verweist nicht! Luca, du Spasti! Lass dich! Desu! Nein! Uhaa! Der sollte gerade Parry getötet! Ey, wenn ihr tot seid, ne? Guckt mal aus in den Planeten an! Der sieht ja mal geil aus! Du Sheila, Alter! Ich hab... Nee, ich hab den gar nicht getötet gehabt! Ey, Luca, das mit dem Planeten... Das hab ich eben schon gesagt, dass der mega geil aussieht! Übertrieben geil, ne? Die Bette ist mega cool eigentlich! So groß ist sie gar nicht, finde ich! Nee! Das geht eigentlich noch! Wie du hast denn dich getötet, Desu? Das war ich nicht! Das war... Äh, Till war das! Lolle, das ist mir leid! Ja, Till hat mich getötet! Till hat mich getötet! Ich komm da halt um die Ecke und... Desu! Ich war da nicht vorliegen! Du bist das einmal gefällt! Hab ich irgendeinen gequillt gehabt mit dem Fenster da? Ich mein, du hättest Luca getötet! Nee, nee! Ich hab bloß deswegen gebetet! Ich hab Luca getötet! Luca hat euch alle verarscht! Ey, es gibt noch richtig geile Waffen, so... Ninjasstern und so, aber ich hab die nie gefunden! Muss man mal gucken, wann man so einen Ninjasstern findet und so! Ich hab grad mal das Messer ausprobiert, ich hab ihm das einfach mal Desu getötet! Du hast mich da drüber aufgenommen, oder wie? Ja, das ist voll ekelhaft, ne? Was spawnen, wenn man da drüber läuft? Die Saos! Die Saos! Warte, die Such! Wow! Faby! Faby, ja! Na, na, na! Mokka ist halt jetzt bei dir! Fuck! Mokka ist im Traitor-Shop! Faby, finde ich, nimmt Munition! Ich möchte mal in der Sache testen! Geht nicht! Wer von euch ist Traitor? Wer von euch ist Traitor? Wer von euch ist Traitor? Oh! Danke! Hey, wer hat Danke gesagt? Die haben grad die Tür geöffnet hier vom Traitor und Dingsbums, ne? Was laberst du? Das kann nur der Traitor öffnen! Das stimmt nicht! Verständlich, ich hab dir erst gegengeschossen! Fabian! Fabian! Luka hat doch zuerst dagegen geschossen! Hey! Hallo! 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 Mein persönlicher Stimmingpool! Nein! Mein Gott, er hat mich hier raus! Ich hab Angst! Oh mein Gott! Kann ich loschen mich doch nicht! Da schieß einer! Oh mein Gott! Diso hat geschossen! Ja klar! Von wegen, Alter! Diso! 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 Ah! Geh weg! Nein! Ja! Verbiegen! Ich hab geschossen, ey! Du bist der Adel, der verdienst gilt! Er töne mit dem Schett, schiebt! Er hat die ganze Schuld auf D! Su! Ja, Alter! Du bist ein Traitor! Du bist ein einziges Kameraden! Meine Fresse, Alter! Dito hat geschossen! Oh Scheiße! Warte! War er kein Traitor? Doch! Aber ich hab nicht geschossen! Ich hab nicht geschossen! Vor allem, er schießt mit einer voll anderen Buffer, das seh ich, aber... So ist es gewesen! Aber Hauptsache! Der Diso schießt auch auf mich einfach so! Ja! Ihr wolltet auf mich schießen! War er nicht! Ich hätte erstmal die Leiche identifiziert! Ja, ja! Das hast du jetzt! Was glücklich, wie ich so zuvorkommend bin und kein Traitor bin! Alter, werf auf den anderen mit diesen scheiß Incendaries! Incendaries dürft ihr töten, ne? Na, Parry! Na, Parry! Wir hätten gerade auf mich geworfen! WTF! Ich bin trusted! Alles klar! Ich führe erstmal jetzt Parry mit mir! Ich würd Matsu nicht vertrauen, ne? Bei Dark Souls hat er auch versucht mich immer zu töten! Ich würde mir auch nicht vertrauen! Oh! Oh! Alter! Du hast getroffen! Ja, ich hab noch 6 Leben! Nice try! Uh, nächster nice try! Boah, ich bin seit einem Tag schon drauf! Also, es ist nur für ein Suchti! Fahr, wie fahr, wie fahr! Luka! Nein, 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 nein! 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 Boah, nein! Wieso bist du denn hier da? Ähm, hab ich gerade eben gesagt! Ich bin gerade die Schräge hochgelaufen und dann bin ich runtergefallen! Weil ich gerade nichts überlebt! Oh, das kann nur Luca gelesen sein! Also! Hier kommen Fliegen-Nukternat! Wer lebt denn eigentlich nicht mehr? Ach so, Fabi! Nein! Komm schon! Jaaaa! Boah! So, wer war safe am Anfang? Okay, ich komme nicht mehr hoch! Ich komme nicht mehr hoch! Ähm, Luca! Los geht da! Na, der ist tot! Hast du den getötet, Mokka? Nein! Er dachte sich so, ich springe mal in den Tod! Ich komme nicht mehr hoch! Matze, Matze ist es! Matze ist tot! Hät man jetzt einen Detektiv, der so parry wäre und noch nicht tot wäre, dann könnte ich sagen, das Fabi der letzte Traitor ist! Ja, ich bin's aber leider nicht! Fabi? Ja? Jesu! Ja? Okay, einer von euch beiden ist das! Wer? Jesu, bist du Traitor? Sei ehrlich! Also, ich bin's nicht! Jesu, sei ehrlich! Bist du Traitor? Nein! Sei richtig ehrlich! Ich bin ehrlich! Desu! Ach, Mann, ne! Die läuft jetzt so hoch! Scheiße! Okay, Desu ist es! Hast du? Ja, Desu! Was macht man jetzt? Ich hab' das Schöße von oben gesehen! Also, ich glaub' Desu ist da oben! Desu, bist du da oben? Ah, Desu, das springt von da oben! Ciao! Yes! Was? Der fliegt dir nur so entgegen! Der fliegt dir nur so entgegen! Auf Wiedersehen! Hosrow��� es , gesteinander! Yay! Dann schau' ich her Birthday, 2050 wewr Quick hopes her